Ja, je nachdem, wo ich mich gerade aufhalte, muss ich mir das auch anzeigen lassen, ne. Ohne dieses GPS-System ist ja schon relativ aufgeschmissen. Aber ich komm zumindest schon wieder... Hier hat's schon wieder feste Straßen und immer nur so Schutterwege. Alter! Schade, dass die Karate da nicht runtergefallen ist. Egal, ich speichere es mal eben. Also, ich freue mich.